hallo leute und herzlich willkommen zur nächsten folge von microsoft 2 und ja heute befinden wir uns in der 1 und 2 und ja auch hier einigen änderungen wir kommen hier mehr änderungen als sonst auf jeden fall können die ganze änderungen in der beschreibung nachlesen gibt es den link draufklicken und dann kommt ihr dann zum microsoft wiki ist nicht zu was denn da passiert auch scheiße sie sind aufgefallen oder die oder sind gespeichert ist ein chunk fehler oder was kann nicht sein sehr unmöglich freunders los sie ist ein eindeutiger die sind wie die einfache von was ich mir habe ich hier und hier ich glaube das ist ja schon das ab wir nie wieder sind im projekt das ist ja schon die falsche folgen haben wir dann einfach jetzt sind die 1.12 und jetzt ist es vorbei ok natürlich nicht das war ich mir nicht vorbei sein weil wenn die 1.13 draußen ist geht es weiter weiß ich wie lange es sollen wird das bräuchte jetzt halt so lange pausiert bis die 1.13 draußen ist dann muss man eine Locate Mansion machen oder so ok ich soll gar nicht zu weit weg oder ATP wie bei Seite 1000 2004 100 und weiter aus da war eine Managing auch mal gesehen hier yay krass Geil, kurz von Tread of Morty durchgehen aber weiß er nicht also mit Nicator ein bisschen lecken lecken bildschatz irgendwie und jetzt bin ich da sind die die geworfen also ich die 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 1000 hätte das ist total und ein schönes bücher oder schlecht nach hause 200 200 wieso also ich habe geschnitten ok die ungeschlecht aus hier was ist was ist das hier also einfach nicht wenn ich diesen wald hier und dann wie ich sagen ist das hier einspunkt die wir hier weil sie sind weiter noch nicht das ist das alte bücher hier was hat gut ist nach hause an planen jetzt doch gut aus hier also auch hier das wollen eben zu hause nicht schlecht die kiste hier sonst noch schalter kisten aufstellen natürlich nicht sehr unnötig ich würde sagen, ich finde es auch total blöd, dass jetzt zum Beispiel hier die Samy Houses gibt die Freepostation so ein Secret einfach, ne? und heute konnte ich auch den Creditor unterziehen und Freepostation die wenigsten, dass es was gibt na, wo Lamma hierhin stellen oh man ja, jetzt mag ich Giftmier Teppich schlicht in hellgrün sehr schön Schalterkist-Geräume aufstellen irgendwo irgendwie eine Pflanze drin, ne? ich weiß nicht, ob ich aufstellen soll keine Ahnung ich weiß nicht, ob ich eine Blume brauche ich eine Kopie keine Ahnung ok Daisy hier ich weiß nicht, oder? ich weiß nicht, was ich machen könnte ich weiß nicht, was ich machen könnte was ist das? ist das gewollt? ich denke, wacke ich auch noch nicht war das schon immer so? 1.11 lol hey warum? weil ich finde es für die Minecraft Fakten weil die 1.12 noch geht 1.12 noch geht einmal mal hier, ne? schon noch muss der Alpha noch hier Gang ja ja oh yes was was wo kann ich mich hergebuddelt hier? da auch noch was 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 weiß ich noch hm nicht schlecht gut das sind ja jetzt eigentlich Minen Gänge hm nicht schlecht gut dann haben wir auch schon Lammern Dings, ne? auch nicht schlecht Weizenfeld aber nie benutzt dann müssen wir auch spawnen, ne? dann müssen wir spawnen, ne? dann müssen wir spawnen, ne? dann müssen wir spawnen irgendwie da habe ich nicht übergegangen, ne? ich könnte mal was suchen eventuell ich könnte mal was suchen eventuell ich überlobe mich jetzt hier hey nein jetzt mal guck auch nicht mehr weg also guck wir sind auch nicht mehr da jetzt hallo chunks ja geil outside of world schon hm alter ich bin jetzt ab hier ich werde kaputt oder was ja toll ich werde auch so schnell ist das das ende? nein das ist mein Kopf immer noch da ach noch rum egal wie geklappt, ne? und was da passiert ist, ey ich bin bei neun chancel da nur so und da raus hier noch, ne? wenn wir im Bett drin, ey ha was so was gibt das ist beta ding ist hier, ne? beta gebiet oh jetzt geht sie ab hier da ich bin ich bin da gibt es noch so gebiete hier fliegt mal zurück noch mal zu flüssigen gang so so dann gehen wir nach hause wieder war kaputt es geht hier ab egal nämlich sagen wir es gewesen in dieser heutigen Folge sehr gefeindlich wenn das eine post hier abo nicht vergessen und tschüss w w